Dann besuchen wir mal alles wieder, diese Woche. Beginnt mit dem Flüchtlingslager da unten. Dämonen Rekrutieren. Das klingt gut. Kottentäufe rekrutieren. Luftwesen. Hm. So gut sind die jetzt nicht. Aber immerhin eine kleine Armee wert. Und Betrachter gekauft. So, hier würde ich mal tauschen. Das mit dem. Und das mit dem. Und dann mal probieren, ob ich die Lebanträger da hinten platt kriege. Ja. Ja, die wollen sich sogar anschließen. Gucke mal einer an. Dann würde ich doch die gegen die Betrachter enttäuschen. Und hier gibt es Kriegsmaschinerie. Auch gut. Nehmen wir einmal das Heizelt. So, und jetzt nochmal. Das noch, weil das da haben wir anscheinend mittlerweile. Jupp. So, hätten wir das. Dann gibt es zu den übelen Schwertkämpfern. Um ein bisschen was zu erledigen. Dann nehmen wir einen Eisstrahl. Baps. Das. Was ist das? Oh, wir haben eigentlich was geschafft ohne Verluste. Das lädt ja fast zum Feiern ein. So, dann gibt es hier meinen Fort. Und hier habe ich keine Kohle mehr dafür, das ist schlecht. Hier noch was, was ich bauen kann. Aufgewertete Werkstatt. So, und hier in Fort. Kümmer ich mich jetzt um Fabrikangelegenheiten. Und nehme das Rudelkreuzritter noch auseinander, beziehungsweise die wollen sich mir sogar anschließen. Das ist umso besser. Ich glaube, die tausche ich tatsächlich mit denen. Die machen 7 bis 10, 35. Oder wenn wir den Grottenschraten... Hm... Ja, ich glaube, so machen wir es. Ihr kommt am spartanischen Quartier vorbei. Wunderrüstung, der erste echte Anführer. Klasse. Jawohl. Die wollen sich mir uns auch anschließen. So muss das sein. Ah, sie sind geblendet von unserer Macht und laufen weg, aber wir wollen sie kaputt hauen. So muss das sein. Unermutliche Eisenerzkarre. Wunderbar. Ein paar Stellen haben wir schon mal besucht. Jetzt gibt es gleich wieder neue Flüchtlinge. Schauen wir mal. Und upgraden tun wir. Ähm... Die Zitadelle. Diesmal... Hm... Joa. Beziehungsweise hier mal ein Wachhaus. Genauso wie hier. Was wenigstens... Pequeniere nachbevölkert werden. Goldgolems. 8 bis 10. 55 Gesundheit. Und davon allerdings nur 3 Stück. Also da nicht... Nicht heute. Schloss haben wir zu wenig. Dementsprechend... Rohstofflieferanten hinterher. Kremlins. Die wollen wir jetzt leider nicht rekrutieren. Die können wir uns nämlich selber bauen. So. Nehmen wir jetzt Schloss. Und kann schon wieder nichts bauen, weil ich kein Erz habe. Skelette. Und Pequeniere. Alles nicht erwerbbar dieses Mal. Aber das Kapitol steht. Geschützturm wird gebaut. Jetzt fangen wir an unsere Armeen zu erweitern. Dann machen wir so eine Kaserne. Leider kostet das jetzt alles immer Erz. Das ist echt kacke. Ja, so viel Erz haben wir einfach nicht. Wollen wir sie für 7600 anschließen? Gerne. Schwarzklinge des großen Ritters. Die Eisengurlms hauen ab. Natürlich wollen wir sie vernichten. Ansonsten bekommen wir ja kaum Erfahrungspunkte. Warum ist das so schlichte Moral? Weil die Armee dermaßen gemixt ist? Wahrscheinlich. 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 Wir holen uns halt echt viel aus. Das ist so schlichte Moral. Und hier unten wählen wir den Magierturm. Wir holen uns hier die Kaserne. Wir holen uns hier das Rohstoff-Silo. Und den Aussichtsturm. Meistershafte Diplomatie. Und hier unten habe ich kein Herz mehr für irgendwas. Schon leicht ärgerlich. Ähm. Schon leicht ärgerlich. Und hier unten können wir wieder nichts bauen. Ochs. Ist unten rekrutierbar. Hier schauen wir jetzt mal, dass wir Magierstufe 2 Gelde holen. Und dann kann ich nämlich mal die Zauber holen. Portal des Ruhms. Wow. Warum nicht? Wer uns bauen kann. Und hier gibt es mal die Stelle. So. Hier unten holen wir uns Magierstufe 3. So. Da hat er auch wieder ein bisschen was gelernt. Machen wir uns gleich noch Stufe 4. Sehr schön. Klonen. Er schafft ein Dupli-Klad. Ausgewählter Truppen. Teils das Bild wird bei Angriff zerstört. Klont Kreaturen der Stufe 1 bis 5. Reduziert die Moral. Bleist Sorge. Hm. Bis jetzt ist eigentlich nur der Feuerball sehr interessant. Nehmen wir mal das nächste noch. Und das neben dran. Das versorgt uns nämlich mit noch mehr Zaubersprüchen. Bauen wir das hier gerade mal aus. Da haben wir jetzt die Luftwesen. Und noch einmal. Ich weiß es ist vielleicht nicht sonderlich intelligent so wie ich das gerade versuche. Aber probieren wir es. So. Und da haben wir jetzt auch noch die Erdwesen. Und Zaubersprüche hat er gelernt. Alles bis zur vierten Stufe. Die andere fehlt noch. Okay. Und hier bauen wir dann mal Zitadelle. Und wieder nix. Doch die Bruderschaft bauen wir mal. Schauen wir uns mal noch an was wir hier hätten rekrutieren können. Nix wirklich gutes. Tschüss. Und Rohstoff-Silo. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020